Das wird natürlich etwas dumm werden, aber wenn wir hier eine Produktionsstraße haben, von der wir etwas abbauen können, dann würde ich mal behaupten, können wir auch nicht Nein dazu sagen. 23, das reicht schon mal. Dann sagen wir, wir brauchen ein paar Abbauvarianten noch, Eisenblatt, wir haben zu wenig. Moment, so funktioniert es schon. Dauern ein bisschen am Wurzern. Ah, und herrlich. Die Pumpen läuft, die Pumpen läuft. Und wenn man, als kleiner Tipp, auf einen der Strom ist draufschaut, kann man sogar sehen, was man gerade so produziert. Und sogar nicht in welchem Intervall. Deswegen, ich glaube, ich mache mal so 13 Minuten. Eine Minute. 13 Minuten. Wir produzieren genau 100, 203. Ich habe auf jeden Fall ziemlich viel verbrauchen, ab und an und auch Energie erzeugen. Also genauso wie wir brauchen. Wir können sogar noch wesentlich mehr Energie erzeugen. Aber brauchen wir gar nicht. Warum so viel erzeugen, wenn man es überhaupt nicht brauchen. Das ist nämlich, mehr Energie erzeugen, umso mehr. Ach Gott, ich hätte schon gedacht, da würde ein, würden die Gegner nicht langlaufen. Ach Gott, ich hatte gerade einen halben Herz Kasper. Okay. Alles gut, alles gut. Der elektronische Förderer. Dankeschön. Boah. Wenn wir das Ganze hier ein bisschen ummodellieren, würde ich doch mal glauben. Aber da warten wir erst mal, bis die hier soweit fertig sind. Plus, noch ein bisschen extra Material drin haben. Ich muss hier aber gerade mal überlegen, wie machen wir das am glücksten? Ich möchte ja vielleicht nicht alles verarbeiten. Dankeschön. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst auch so weit weg. Wunderbar. Dankeschön. Heißt, elektronisch. Heißt es, wir bauen einmal, ich möchte es gleichmäßig verarbeiten. Das heißt, hier hin. Dann zum weiteren, der Weg hier und hier, damit es hier unten irgendwo zusammenfließt. Das heißt, wir sagen einmal hier und einmal hier. Warum ich das so verteilt habe, das Zeugzeug gleichmäßig abgebaut wäre und nicht irgendwie, einer hat den großen, der andere macht nur ein bisschen was. Das finde ich immer etwas dümmlich gesehnt. Ich muss aber auch sagen, kann jeder so machen, wie er gerne möchte. Aber das ist am glücksten. So, und wenn ich gerade sage, eine fehlt uns doch noch, dass du hier mit der ganzen Bereich auch mal leer wird. Na kommst du ja. Dankeschön. Das heißt, so viel wie, das ganze Zeug muss ich hier rüber bewegen. Um sich hier rüber zu bewegen. Und hier nach da unten. Auf der anderen Seite heißt es, du bewegst sich gefext dort drüber. Und ich könnte jetzt noch was rum bauen, um zu sagen, hey, wir können das Ganze effektiver machen. Der eine baut links, der andere baut rechts rum. Aber ganz ehrlich, da bin ich zu vt zu. Und ich habe keine, damit ich habe nichts mehr. Okay. Dann müssen wir das kurz ein bisschen anders machen. Da kommst du her. Hier bräuchten wir mal kurz ein kleines bisschen Strom. Und kann das bisschen zumindest. Dankeschön. So rüber. Darüber und so rüber. Und da funktioniert. Außer der hier. Weil noch auf Kohle funktioniert. Nicht wie die Metallverarbeiter von später. Nur noch mit Stroh. Deswegen brauchen wir das ziemlich schnell. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen was vorbereitet haben. Das nehmen wir erstmal mit. Der ist auch nebenbei produzieren. So. Passt soweit schon. Passt du mal mit 23 Kohle. Kommt ja auch ziemlich weit. Das heißt, wir brauchen dich so, weil ich nicht mehr brauchst. Eher hier rum. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Geht mal eigentlich. Da bräuchten wir eigentlich einen Tider. Ah, da habe ich es falsch erforscht dafür. Ähm. Wobei, wir könnten sagen, hier hin. Und wir machen hier nochmal ein zweites Band hin. Spricht absolut nichts dagegen, wenn das Band auch etwas länger halten würde. Aber naja. Macht nix. So. Das ganz weiß hier rumbau ist etwas äh, prophetaktisch. Wird später so nicht ausschauen. Wird etwas, äh, etwas bis ganz anders ausschauen zum Schluss. Aber für den Anfang reicht es. Beispiel noch ein paar Fließbänder. Und unten wird wahrscheinlich gerade die gute, gute Holzkiste mehr als vollgepumpt sein mit allmöglichen Kupferzeugs. Das heißt, du gucken. Etwas mehr als eine Stunde aufgenommen. Okay, es geht. Heißt locker drei Folgen. Es ist Factorio. Es werden mindestens 20 Minuten Folgen. Es sind wenig sogar halbe Stunde oder vielleicht sogar noch länger. Je nachdem, wie lange ich aufnehme und wie die, ah, allgemein so ist. Wenn ich zum Beispiel relativ wenig mache, kann ich auch mal ein paar Sachen überspringen. Ah Gott. Kann schon gar nicht mehr richtig reden gerade. Sorry, deswegen. So, was wir auf jeden Fall machen werden, ist ... Moment, mal gleich, mal gleich. Einmal von dort rum kommen. Einmal von hier rum kommen. Ihr werdet gleich sehen, warum? So, haben wir ein Strom Material hier und der andere Strom Material wird das andere Material Strömchen, muss man hier kommen. So, Dankeschön. Wobei, ah, ihr könnt das Ganze mixen. Ist natürlich auch super. Einmal verstand einmal Kohle. Das wäre gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Wobei, wie groß ist es überhaupt zwei Felder breit. Könnte man auch einfach sagen, hier hin. Zack. Und wir bauen hier hin hin. Hier hin hin. So, da hin. Dankeschön. Und bauen hier etwas auf die Seite hinweg. Das sieht sogar mal so schlecht aus. So. So. Da wird dann die zweite Linie erfolgen. Müssen wir nachher auch nicht mehr machen, wenn wir das hier mal erforscht haben. Aber, wie gesagt, bis dato brauchen wir noch ein bisschen. Dankeschön. Dann drei Stück. Eins, zwei, drei. Dann zwei, drei. Dann zwei, drei. Plus Strom mäßt nach da unten. Ganz, ganz wichtig. Immer die Strom mäßt nicht vergessen. Eins, zwei, drei. Wunderschön. Das wir haben drei Stück, die hier jede Menge produzieren für uns. Und zwar die hier. Aha. Da kommt noch nicht so viel Kohle raus, aber das macht nichts. Die brauchen auch nicht so viel Kohle damit anzufangen. Weiteren Klickermoboter. Das heißt, dann mal so. Und dann mal so. Du wirst den entsprechenden Strom. Das passt schon. Sieht etwas wüst aus, wird sich aber in Zukunft etwas verbessern. Ich glaube, wenn wir die Metallverarbeitung haben, wird das Ganze wesentlich besser ausschauen. Okay. Wir bräuchten dazu Kupfer- und Eisenplatten. Kupfer- und Eisenplatten. Kupfer- und Fiesbinder. Muss wahrscheinlich ich jetzt mal produzieren. Dankeschön. Weil noch können wir es natürlich nicht nach oben jagen. Wir brauchen noch ein bisschen was an Erz da. Wir haben Hammer. Können wir raushauen. Kohle können wir rausbauen. Raust du mit, raus du mit. Warum hier ist es gerade alles nicht? 55 Stahlträger. Können wir damit schon was anfangen? Stahlkisten können wir machen. Das war es aber auch schon. Eine Stahlachs können wir aber für später machen. Fürs Abbauen. Auch nicht ganz so verkehrt. Rohrleitungen. Für? Was? Warum jetzt schon? Oh. Ist gar nicht. Ach, für was? Ah, stimmt. Wir könnten Wasser abpumpen. Hier einfach einen Pump machen. Und dann hier quer die ganzen Dampfmaschinen reinbauen. Das wäre natürlich noch eine Idee. Sogar eine richtig gute Idee. Wir lassen das hier so in einem Reinglied alles hier. So zack, 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 zack. Und sagen dann hier. Hier wird zugemacht. Hier wird zugemacht. Hier wird zugemacht. Das ist einfach hier eine Dampfarena. Klingt doch auch mal nach was Tollem. Module. Ah. Solange ich jetzt gerade mal ein bisschen warte, bis hier ein bisschen Metall produziert worden ist. Kann ich noch sagen. Die ganzen elektrischen Geräte an sich. Alles was irgendwie was produziert kann. Ist in der Lage sogenannte Module aufzunehmen. Das kommt ziemlich weiter im Spiel hinten. Wahrscheinlich bei Folge 30 oder so. Dieses Modul ist dafür da. Man kann die Effektivität steigern. Die Produktivität. Und den Energieverbrauch senken. Nach dem was man reinpackt. Plus, ich glaube es gibt sogar mehrere Stufen hat es davon gegeben. Ein Symbol sagen wir gerade leider gar nichts. Deswegen. Das Raketen sieht schon cool aus. Brennfeststoff, Raketensteuergerät, Satellit, Raketenbauteile. Ich bin gespannt. Also direkt hier möchte ich es sehen. Pyrotechnik. Flammenwerfer und Raketentechnik. Oh ja. Ich sehe jetzt schon. Es wird mir gefallen. Es wird mir so wieder gefallen. Okay. Einmal kurz was reinpumpen. Damit die Metallverabung hier weitergehen kann. Plus. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und oh ja. Genau das was der Astrierein hat. Jede, jede Menge Stahl. Jetzt haben wir ein Reparaturkit. Das braucht man nicht. Militär haben wir gerade noch voll. Ziegelsteine können wir gerade auch nicht kaufen. Ähm, wobei. Jetzt. Ziegelsteine, da können wir doch was machen. Das ist etwas was wir machen können. Auch mit den, naja. Heidische Schmelzhöfen. Die passen schon. In Heidische Schmelzhöfen können wir auf jeden Fall gut noch zurecht kommen. Da muss ich dann wieder Wissenschaftspakete für erstellen. Ah Gott. Das möchte ich jetzt schon mal wieder nicht machen. Okay. Wir haben einen elektrischen Förder eventuell irgendwo. So. Vorgaben. Ach, so, die Kamera. Dann auf jeden Fall. Hier mal vollpumpen. Dann können wir da Ziegelsteine mal herstellen. Und dafür werden wir, wenn wir... Wenn wir, wenn wir... Wenn wir... Hier mal alles wegnehmen, was wir so finden können. Passt schon. Soviel brauchen wir. Oh, soviel brauche ich nicht mal. Okay, um, der. das haben wir doch gleich wieder jungs okay da nicht da war uns gut ist gut wenn man so ein bisschen was da rein pumpen kann ich meine die haben immer nur ein bisschen was drin so fünf bis zehn einheiten aber dann persönlich noch ein bisschen was hinten her steckt nie verkehrt nie verkehrt siegesteine wunderbar genau das was der ast verschrieben hat aber fließbänder hin ein paar wissenschaftspaket nummer 2 für fließbänder so sehr sagen es ist an sich bräuchte ich noch fließbänder den kann man eigentlich nie genug haben möchte ich betonen und zwar wirklich nie ich will gerade eigentlich müssten wir es wirklich mixen weil okay cool ich brauche mich noch nachher wirklich nur noch eisen das heißt das band kann unten verschwinden und hier wird dann ein band entstehen das rein dafür zuständig ist das eisen weiter zu transportieren doch damit welcher das ist gut ist es gut wenn man 20 ziegelsteine mitkommen irgendwas neues bauen morgen kann man bauen radar sehe ich gerne hätte okay macht nichts macht nichts was kann man noch brauchen halbhaber ist auch zu sagen könnte auch noch zweiten dom eigentlich bauen damit es wird es noch schneller gehen und eigentlich warum mache ich das nicht wenn man noch zweiten der sobald ja mal irgendwie fähig ist mit der produktion von einzelnen fließbändern ich das liebend gerne in angriff nehmen mit der sechs stein wenn ihr braucht 50 gestein so was das ganz schön habe ich doch ganz schön habe ich da kann man das automatisieren eventuell können wir wunderbar moment bitte aber produzieren und dann direkt in diese kiste reinschmeißen wo befeuert aber noch einen alten greifer noch parat okay gut habe ich so gegen weg damit ich habe so nichts dagegen bis ich nicht mehr wegschmeißen kann okay wir haben heute das heißt okay was machst du gerade grüne wissenschaftspaket erstellen die machst du gleich da war es noch kurz ich weiß ganz doch wesentlich besser aus der 6 mehr geht gerade nicht mehr geht gar nicht da müssen wir einfach warten bis hier die ganze schoße soweit ist ich finde es einfach herrlich der symphonie des abfackelns des brennens und des neukral gestaltens schon mal sehr gut ist sie gut auch nicht zu viel ein bisschen was auch nicht zu viel nochmal hälfte hälfte könnte mich ihr beide gleichzeitig daran forschen läuft ist man später dann auch noch machen dass man einfach sagt okay wenn hier die ganze energie ist können wir von der produktion ab ein bisschen was abzwacken immer und dann unsere wunder wunderschönen labor einstellen tavis mcglean büran penix hessemann ach stimmt da war ja was die ersten unterstützer des spiels sind namenliche verewigt und zwar bei jedem laborbau gibt es einen anderen namen dafür heißt wir haben eben zwei stück die das spiel unterstützt haben damals wunderschön und auch einfach genial von den entwicklern ich gerade sagen ich möchte doch nur erst mal jetzt machen es richtig okay das heißt rot rot 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 allein das dauert schon nämlich in der tag bis man das immer haben liegt auch ein bisschen überall jetzt zwischen schritten das man sagt immer wochen noch zahnräder und eisenplatte und alles drum und dran es frisst zeit es frisst alles zeit aber es wird besser mit der zeit ich brauche einfach nur diese metallverarbeitung und schon werden wir auf wolke 7 schweben so diese kommen hier rein ich könnte sogar noch mal eins machen ich vier tue vier tue wird gleich mal so doof ich kann es zwar noch nicht alle befeuern aber ja wobei ich will ich nicht befeuern nee komm lass was müssen wir bei zwei schauen wir lieber dass wir die kiste auch noch voll bekommen können was können machen wenn ein tisch nach unten gehen und kupfer gibt es den kupfer platten sowas weiterverarbeiten eigentlich nicht also ich mich schon elektronische scheitkreis und man auch noch was und noch ein ist normale munition nicht dass sich der gegner doch überlegt moment da riecht was ich was verbrannt jungs feuerwehr runterrücken nein und wunderbar wir haben auf jeden fall jetzt genug rohstoffe für alles was wir so möchten 1 2 5 5 6 fertig jetzt sind so viele war ich natürlich immer gleich am meisten möchte es dauert eine halbe stunde um es fertigzustellen merkt man merkt ein kleines bisschen und ich muss nebenbei auch noch mal kurz was trinken entschuldigt mal wieder wesentlich besser meine stimme ist immer noch nicht ganz da ok habe gerade nur mal kurz auf die uhr geschaut denn es ist nicht mehr ganz so früh es ist nicht mehr ganz so früh 6 bis 5 es sollte nicht mehr als ausreichend sein greifer und dies bin das bauern hier eigentlich greifer ist was da kommen ich möchte es nicht unbedingt 5.000 bis mehr nach da oben bauen aber es bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig außer die tatsache dass man nachher sagt man macht vielleicht ich glaube das war die logistik mit untergrund ähm sagt es mir bahnen als dass man nicht sowas hat oberirdische sondern im untergrund ein bisschen was verlagen kann das wäre gar nicht mal so eine übrige idee das wäre gellig règle da 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 uh da da